Wir haben die Zeit genossen. Jetzt kommt ein ganz wesentlicher Teil, und zwar geht es darum, dass wir uns in der Tradition Afrikas kennenlernen. Wir haben mit uns... Sorry. Sorry, eigentlich... So, wie ich gerade gesagt habe, geht es eigentlich darum, die Tradition Seite Afrikas kennenzulernen. Und wir haben mit uns ein König auf Afrika, der ist eigentlich mit uns dabei, und der heißt Nana Baduldakur. So, wir haben alle Performances gesehen, und jetzt müssen wir mit Afrikas kulturen sein, und ein Team, von Ghana, kommt auf die Städte, und... So, ich frage meinen Team, jetzt gerade. Ist unser König schon da im Haus? Ist unser König schon im Haus? Ist unser König schon im Haus? Ist unser König schon im Haus? So, get ready to receive the King. So, der kommt gerade an, und er wird ja mit uns Platz nehmen. So, können wir noch mal ganz offiziell und freundlicherweise begrüßen ein besonderer Russ an unseren König aus Ghana, der mit uns heute dabei ist. Wir begrüßen den High Chief, der King von Ghana. Er hat eine Sitzung mit uns, und der Programm wird weitergehen. Der Programm wird weitergehen. auf denaste So. So. Thank you very much, DJ. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you DJ and you're welcome. A special welcome to the King that has just arrived. We welcome you, sir. So, now we're going to start with the program. And we have a group with us. We have a group with us. We have a group with us. So. We have a group with us. 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 And we are there in rings. We have a group with us. We have a group with us. Das war's. 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 war's. today. war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Thank you very much. Thank you very much. Sorry, we have to go on. The program has to go on. Thank you very much. We have to move forward. Sorry, we have to move on to the next on the program. So, ladies and gentlemen, my ladies and gentlemen, thank you for the invitation, thank you, thank you. And now let's move on. We have a very interesting part, and it is now the Modenschau. Who wants to know about our African clothes? I have a sound of you. Who wants to know about our African clothes? Thank you. We have a group now. Next on the program is a fashion show, an African fashion show. So we have a fashion designer in the house with a group, and they are going to display some beautiful African fabrics, African textiles. So, yeah. So, yeah. So, yeah. So, yeah. So, okay. We will have a great fashion show that the African clothes is a special place. But we have a very brief little information. We have a very brief information. One, if you are living in the house. Links vor mir gibt es eigentlich Toiletten, da können Sie sich für 50 Cent gemütlich machen. Hinten gibt es auch kein Zelt, ja, was wir so wissen. Alles klar. Hinten gibt es auch unter dem Zelt, unter dem groten Zelt gibt es auch, Sie haben eine Erzählerin, Doktor Luisa heißt sie. Sie erzählt Geschichte für Kinder, Geschichte, die sie selber geschrieben hat. Und da geht es eigentlich um afghanische Geschichten. Wenn Sie Interesse haben, Kinder, da können Sie sich dahin richten und Sie bekommen alles erzählt. Es gibt auch Filme, die auch für Kinder gedacht wurden, da können Sie auch hin, um diese Momente zu genießen. Eine Kurzinformation, hier auf der linken Seite, da ist ein Toilett. Wenn Sie das Toilett nutzen wollen, wollen Sie die VCU-Presse. Es ist nur für 50 Cent, Sie können Sie sich selbst nutzen. Und da ist es für Kinder, die Kinder mit Kindern, da ist eine Frau, eine Storyteller. Und sie ist eine Doktor, ich glaube, eine Doktor von Literatur, wenn ich mich nicht verstanden. Und sie ist da, um die Kinder zu erzählen, African-Storien, Folklore, Fairy Tales. Also, wenn Sie interessiert sind, können Sie Ihre Kinder zurücknehmen und sie werden unterhalten. Und während wir warten, der DJ ist vorbereitet, weil sie mit Songs schreiten. Genau, und jetzt sind wir gerade noch bei der Vorbereitung für das Modenschau. Sie werden alles entdecken, was unsere Altklang, nicht nur die Kleidung, aber auch die Mädels. Wir haben ganz tolle Mädels, die hier auf der Bühne auftreten werden. Ganz hübschste und natürlich auch tolle, kleinerte Mädchen werden hier auf der Bühne auftreten. Und dazu nochmal ein kleiner Hinweis. Wir sind heute bis 22 Uhr hier. Morgen sind wir zum letzten Mal für dieses Jahr hier. Und wir werden eigentlich die ganze Veranstaltung morgen abschließen. Wieder mit tollen Talenten, wieder mit wunderbaren Menschen, wieder mit versprechenden, zukünftigen, begeisterten Leute. Und ich hoffe, Sie sind auch wieder dabei. Heute ist leider nicht so optimal mit dem VETA, aber da ist auch die Bühne ganz interessante Leute auftreten. Da sind wir, glaube ich, schon gut bedient. Und das ist eigentlich kein schlimmes Problem oder kein kreirelles Problem, das mit dem VETA. So, um, next, as promised, uh, we have the fashion show. Um, it's not going to be just a presentation of the clothes. It's going to be, uh, some beautiful ladies are going to walk up the stage and, uh, display their talent. And, uh, yeah, a short information, we are still here till tomorrow, when we'll be ending the program. Of course, the weather, um, fortunately, the weather hasn't been so nice as expected, but, uh, thank you for coming out still. So, fashion show? Ja, genau. Die Vorbereitung läuft noch weiter. Und... Is they preparing? Genau. Und jetzt mag auch eine kurze Info. Wir waren eigentlich hier seit, wir sind hier seit vorgesten, also seit Donnerstag. Wir sind heute Samstag. Und für diejenigen, die da nicht waren, wir hatten mal gestern ein Gewinnspiel gehabt. Und für diejenigen, die da bis zum Ende gewesen sind, sie haben bestimmt gemerkt, es ist leider am Abend nicht stattgefunden. Das Gewinnspiel, das geplant wurde. Und dabei sollte gewonnen werden, ein Ticket nach Afrika, ein Flugticket nach Afrika. Leider ist es nicht zu Ende gekommen, weil es organisatorisch noch alles nicht geklärt wurde. Heute wurde es eigentlich geklärt. Ein Gewinnspiel ist eigentlich jetzt noch möglich. Sie können ein Ticket nach Afrika gewinnen, unabhängig davon, wohin sie möchten. Kamerun, Ghana, Guinea, Marokko, wohin auch immer. Aber da müssen sie einfach für 5 Euro, oder da sollten sie einfach 5 Euro spenden. Kleine Info, die 5 Euro gelten als Spende. Das wird genutzt, um, sag ich mal so, ungemeinnützige Organisationen oder Programme zu fördern. Da geht es eigentlich nichts drum, Geld von ihnen zusammen oder zu stehen. Nur damit, dass der Verein, was für ihre Projekte, was natürlich gemeinnützig ist, zu fördern. Um, a short information, we've been here since on Thursday, and there was a game, supposedly, you're supposed to win a Ticket to Africa, anywhere in Africa, in a part of Africa. And yesterday, we couldn't bring it to an end, because there was some organisational Discord. But today, it's been clear. You can still win this ticket, but in exchange, you just have to donate 5 Euros. For, um, the 5 Euros, the money you donate, are going to be used for charity projects in Germany, as well as in Africa, so that the organisations can function better. So, if you want to be part of it, uh, you can get it at the tanks, down there. We are ready, the DJ is set. So, we're going to introduce the group. Genau, und da würde ich eigentlich meine Kollegen dazu aufrufen, die Gruppe vorzustellen. Also, Tab A Tab? Ganz genau, richtig. Tab A Tab. Okay, the fashion, uh, the fashion designer is in the house with the crew, and that is the person of Tab A Tab. Genau. And, uh, she's been part of the program over and over again. So, I'm sure some of you are waiting for her, and, uh, beautiful collections. Aber ganz wesentlich, ich muss das noch mal mitteilen. Ich hab vor kurzem die Mädels gesehen, ne? Hinter der Bühne. Die sind eigentlich so super toll gekleidet. Sie sehen auch so hübsch aus. Sie sind einfach unglaublich, ich sag mal so, verzaugen. Bitte, bleiben Sie wie ich. Exkalieren Sie nicht, weil Sie die gesehen haben. Bleiben Sie wieder ruhig. Und genießen Sie die Momente, die mit denen verbrauchen werden. Jetzt mal bitte einen großen Applaus für Ihre Gruppe Tab A Tab. Gave them a round of applause as they come on stage. How you de do today, baby boo? My tomato Josio, I don de think about you. I don de think about you. It de make me de wonder, because you love me so, so tender. Hey, yeah. But now I am darling, cause here is so, so boring, baby boo. For a very, very long time. Long time. I don de shivo. I don de shivo. I don de be like sennafiva. Fiva. Ade kachiko. Oh, you got to go. See, ade kachiko. Oh, oh. Oh, you got to go. I say, baby, ade kachiko. Na 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 waa. I say, baby, ade kachiko. Na 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 waa. Oh, I don't come on. I think I can do it. For the new friend, angel of my life. For the Lord I have is so real. Sorry. I say, baby, ade kachiko. How can I be your mister right? Baby, what are you, baby, so strong? Oh, oh. Be fair, you, fair, you, fair. Oh, if you are, I'm pulling off my eyes. Be fair, you, fair, you, fair. Oh, 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 oh. I'm thinking about that. You'll be just you and I. Will you be my wife, bitch? I'ma be your wife, bitch. Oh, 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 oh. And angel of my life, bitch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Please welcome the beautiful ladies, come on, I want to give a clap for the ladies please. Amazing, beautiful outfit at Queens. Wow, wow, wow. Would you be my lover now? She said she really likes my style. Seems like she wants to take it slow. Do anything to make her smile. Girl, would you be my lover now? Don't want to give a clap, 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 clap. What I'm about to do, tired of running around chasing you. I can never think of replacing my places for me. Mmm, oh, oh, oh. For you, I love you. Hey! Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, no, 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 no. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, no, 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 no. Come on, give a clap for this beautiful lady. Come on! My darling don't gonna do anything, but don't wanna break for you. I'm putting on my trust in you. Make some noise! Come on, come on. Wow. Come on. What a beauty. What a beauty. Oh, my God. Oh, my God. She's amazing. She's amazing. Come on, clap. What's up with the lady? What a beauty. All right. Uh-huh. Come on, come on, give a clap. African Colors, the African Colors are represented over here. Wow. 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 Come on, clap. Come on, clap, 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 clap. Ooh. Ooh. What a lady. What a beauty. Whoa. Color club for this lady, please. Oh. Oh. Hey. What a beauty. Hey. 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 Oh, Africa Beauty, can we clap, please? Oh, Africa Beauty, can we clap, please? Oh, this is the African Beauty, African Queen, African Moves, African Culture, African Queen, come on, give a clap for the Queen. Oh, my girl, if I'm driving, what's lying, if I'm driving, I'm gonna shine my way. Can we give a clap, please? Come on, give a clap, 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 clap! Hey, oh, hey, African Mama, African Queen. Oh, 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 what a beauty, what a beauty, what a creator. So, African Beauty, African Beauty, just amazing. Come on, give a clap. Come on, give a clap. Come on, clap, 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 clap. Come on, clap, 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 clap. Come on, come on. The African Beauty, the African Muse, the African Myth. Come on, the African Smile, the African Princess, the African Moves. Come on, come on. Das war's für heute. Kioch! So, ladies and gentlemen, can we please clap for the beautiful ladies, come on, give them a clap. Applaus, applause, applause, finish your name, it's bigger. Come on, come on, come on, come on, come on. And then can we stand, let's go, come on, come on, ah, come on, ah, come on, ah, come on and form. presets, register. Purdy necessary, exemple. So, vielen Dank. Oh, da geht schon ab, ne? Wow. Da geht schon ab mit der Musik, sieht so toll aus. Aber wir kommen gleich dazu, weil wir hier vor uns tolle Mädels haben. Und ich glaube, die lenken mich schon genug ab von anderen. Daher würde ich jetzt mal mit den Mädels reden. Alles andere ist mir völlig egal jetzt. Und zwar, wir haben jetzt die Gruppe Tabatab oder Tabatab. Tabatab, das ist mein fashion label. Und das ist die fashion I create. Oh, exactly. So, if I get it well, this is actually your idea. And you're the modelist of all these different styles I saw. Yeah, different styles, yeah. I create African-Caribbean-inspired fashion. And this fashion is in honor of the divine feminine, the goddesses, or the divine in the woman. And, yeah, I have different inspirations, so, yeah. Great. So, how can one get your articles? How can one actually, maybe, if you want to buy, you want to command, how can I get them? Well, I'm based in Hamburg, you can find me on Facebook, Tabatab, T-A-B-A-T-A-P, or also on Instagram, Tabatab Fashion. But as soon as you put in Tabatab, you should find something, yeah. Genau, Tabatab, T-A-B-A-T-A-P, richtig. Das können Sie auch auf Facebook eintippen oder auf Instagram, und da finden Sie alle unterschiedlichen Artikel von der tollen Frau. Aber wie heißen Sie nochmal persönlich, wenn ich fragen darf? Ja, ja, Tabita. Tabita heißen Sie. Tabita, vielen Dank. Vielen Dank an alle tollen Mädels. Ich würde Sie gerne kennenlernen, aber das würde ich erstmal hinter der Bühne machen, ne, nicht hier von Leuten. Daher würde ich mich nochmal bedanken. Können wir nochmal einen Applaus für die Gruppe machen, bitte? Kann man klacken bei der Gruppe, please? Dankeschön, 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 und Dankeschön. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wir werden viele Dinge tun, die heute Abend gehen, also wir wollen von Ihnen hören. Wenn alles okay ist, Hamburg, sind Sie bereit? Ja! Sind Sie bereit? Ja! Genau, super! Dann würde ich jetzt mal kurz, erstmal ganz wesentliche Personen aufrufen. Wir haben hier zwei Persönlichkeiten, die uns wieder ein Gespräch vorführen werden, beziehungsweise eine Rede. Wir haben hier den Herr Bedo-Oskar, ist Herr Bedo-Oskar. Ist Herr Bedo-Oskar? So, Mr. Bedo, and after then, we have a cultural group waiting already. So, Mr. Bedo... Oh, I was there. No, I was there. No, she's friendly. You see, you have to be friendly. She's very, very friendly. So, Mr. Bedo-Oskar, we have to be friendly. So, Mr. Bedo-Oskar, we have to be friendly. Bitte, noch einen Applaus, großer Applaus. Give a round of applause for Mr. Bedo. Mr. Bedo höre ich immer sehr gerne. Moin! Hallo, Africa Day 2019, schön hier zu sein. Ich bin ein bisschen verspätet, man hat mir gesagt, ich sollte früh auftauchen. Aber der Orientale verspätet sich gerne, also halte ich mich daran. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Ist die Stimmung auch gut? Sehr gut. Ich freue mich hier, ein kurzes Grußwort. Ist eigentlich nicht so mein Ding. Eigentlich rede ich eher länger. Aber ich mach's mal heute sehr kurz. Zum achten Mal bei der Africa Day 2019 dabei zu sein und dieses tolle Festival zu begleiten, ist natürlich für mich immer wieder eine Ehre. Es ist mir auch eine Ehre, dass eine tolle Frau wie Silvana Gerlich mit Immig gemeinsam so ein Projekt seit acht Jahren auf die Beine stellt. Umso schöner ist es, dass ich diese tolle Menschen der afrikanischen Community kennenlernen durfte, ein Teil von euch geworden bin und mit euch noch hoffentlich weitere tolle Projekte umsetzen kann. Und ich wünsche euch viel Spaß hier. Schön, dass ihr da seid. Und ihr gebt Hamburg ein tolles Gesicht, ein buntes Gesicht. Und ihr zeigt, wie toll und wie spannend diese Stadt ist. Mit euch gemeinsam werden wir vieles erreichen. Davon bin ich überzeugt. Weil ich glaube, so ein Festival gibt einfach die Möglichkeit, in dieser Stadt Brücken zu bauen. Und Brücken bauen ist das wichtigste Wort, glaube ich, der letzten Jahre. Wer von euch geht morgen wählen? Ey Leute, okay, die Frage an der Stelle. Wer darf alles wählen? So, und jetzt nochmal. Wer geht wählen? Ja, gut. Also, morgen, liebe Gäste der Africa Day, morgen sind die Bezirkswahlen in Hamburg und noch wichtiger, die Bezirkswahlen sind wirklich sehr wichtig und noch wichtiger sind morgen die Europawahlen. Wir leben auf einem Kontinent, wo Frieden eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Ihr alle oder ihr viele da draußen wisst, dass der Frieden auf der Welt nicht so einfach ist. Und in Afrika wisst ihr das mehr als ich. Viele von euch haben das eher gespürt. Viele von euch haben Verwandte, die nicht in Frieden leben. Und auf diesem Kontinent haben wir diese Möglichkeit, den Frieden zu gestalten, den Frieden zu schützen und für den Frieden morgen zu wählen. Also, tut mir morgen einen Gefallen und geht bitte wählen. Okay. Ist das ein Deal? Gut. Aber einen Wunsch habe ich dennoch, auch wenn ich für kein... Ich meine, mein Herz schlägt für eine Partei, aber deswegen bin ich nicht da. Mir geht es wirklich primär darum, dass ihr den Mut habt, morgen wählen zu gehen. Und nur eine bestimmte Partei, ich hoffe, dass wir schaffen, dass sie nicht so viel Macht im Europäischen Parlament bekommt. Und zwar eine Partei, die dafür bekannt ist, Ressentiments zu sehen, Ausländer zu hassen, Migranten zu hassen, keine Flüchtlinge aufnehmen zu wollen und am besten Mauern und Grenzen, um komplett Europa hochzuziehen. Also, morgen geht ihr hin und zeigt dieser Partei den... Genau. Richtig. Zeigt denen den besonderen Finger, tut mir den Gefallen. und wählt morgen eine demokratische Partei, egal welche. Ist das ein Deal? Ich danke euch, Afrika Day 2019. Ich wünsche euch viel Spaß und bis das Miest. Für diejenigen, die nicht verstehen, was er sagt, dass er hier ist, aber er ist late. Und er ist supposed to give a short speech. Anyway, um, in a summary, um, he talks about voting tomorrow, going out to vote. For those of you who are supposed, who are eligible to vote, please go out to vote tomorrow. And vote against a party, the party that doesn't, though he didn't call a name, but I'm sure most of you are familiar with a party that doesn't like, that doesn't want migration, migrant, peace. So, please, do your right and go out to vote tomorrow, exercise your voting right, because when you exercise your voting right, you are deciding for your future and so that the peace in Europe will remain, unlike in other places where there are no peace. So, please, go out to vote tomorrow, and, um, the next people are already knocking on the door, and, uh, they are anxious, agitated, waiting, and, uh, it's a cultural group. It's a cultural group, the indigenous people of, um, let me see. Okay, so, we have the, uh, indigenous people of Bihafra waiting. So, Okay, so, they have a DJ also? Genau, also, eigentlich, wie gesagt, ne, wir haben jetzt eine traditionelle Gruppe, die Gruppe kommt aus Nigeria, die heißen, irgendwas von Bihafra. Genau. Indigene people of Bihafra. Genau. Indigene people of Bihafra. Also, das ist eine, das ist ein Teil Nigeria, und die werden uns hier deren Kultur vorstehen und mit paar Tanzschritten, da werden die noch mal näher an diese Kultur kommen können. Es geht um Afrika, es geht zwar um Nigeria, aber es geht in dem Fall jetzt um Afrika. Während sich die Gruppe vorbereitet, während sich auch der DJ vorbereitet, sind wir natürlich dabei. Und ich hoffe, ihr habt alle eine gute Zeit, ich hoffe, ihr genießt den Abend, obwohl das Wetter, obwohl das Wetter nicht so optimal ist. Und ich richte mich jetzt gerade an einem Video, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist. So, um, the indigenous people of Bihafra, actually, they are Nigerians, and, uh, the Bihafras, uh, the story of Bihafra is, um, a very complicated one, but an easy one, and, uh, they want cessation from Nigeria, so, they are agitating for a state of their own. Little correction, actually, about the Nigerian stuff, so, they are an independent group, they are unabhängig von dem, von dem Land, Nigeria, they are independent of the Nigerian country, so, they are presenting their culture, independent of the country Nigeria. They are Biafran, and they are going to present their Biafran culture. They are from Biafra, and they are going to present their culture from Biafra, so, are they ready? Not yet. Not yet, they come right. But look, Hamburg, Hamburg, everything is good, so right? Everything is okay, Hamburg? Are you ready? That was, that was, that was, that was, that was on number two, 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 two of ten, I actually want to have a ten of ten, we are on two, we have to actually go up. Hamburg, everything is good, so right? Hamburg, everything is good, so right? Are we ready, Hamburg? It's only the children that I shout. So, the chorus is already hot, everything is ready, they are just ready, they are just on the table. Okay, so, we are warm. It looks warm, guys, all the applause for the Biafra, Guber, Hamburg, please. Applaus, Applaus, Applaus. Come on, come on, come on, come on! Come on, come on, come on! Come on, come on, come on, come on! Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on! Come on, come on, come on, come on! Be thatchte, it's on your Arthur, you are not on your hands. Come on, come on! That's why you're talking, hmmm! Musik 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 Ja, ja, ja. Musik 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 Kauplo pat es! Hörst du, hörst du, hörst du, hörst du! Hörst du mir nicht! Ja! Musik 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 Wir sind Bierfranz, wir sind Bierfranz, wir sind Bierfranz, hier, wir sind Bierfranz. Das ist die Federale Republik, Bierfranz, das ist hier, das ist unsere Kultur. Das ist unsere Kultur. Das ist unsere Kultur. Das ist die Federale Republik, Bierfranz. Der Son ist aufmerksam, wir haben Bierfranz. Oh, hey, oh, hey, oh, hey, IPRB, 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 WOLFAMILY! Thank you, thank you. 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 Musik 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 We want referendum peacefully to separate from Nigeria and we want the world to support Biafra to separate from Nigeria. We thank you for watching. Bye bye. Thank you. 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 Can we clap? Can we clap? Can we clap? Please? Please? It was very energetic. It was very loud. It was very loud. It was very special. It was very incredible. Thank you. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 «ZDF, 2020 «ZDF, 2020 «ZDF, 2020 «ZDF, 2020, 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 «ZDF, 2021, «ZDF, 2021, «ZDF, 2021, so Kinder, Kinder, ich habe gerade einen Befüllen bekommen pass mal auf, komm, 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 komm jetzt folgendes, folgendes, ich habe Wasser für euch kommst du, bist du auch dabei, kommst du, komm, komm, komm nicht anfassen, nicht anfassen, nein, komm mal her jetzt alle zusammen, alle zusammen kommst du auch, kommst du, kommst du nicht, alles klar, halten sich in die Hände Hände halten, Hände halten, genau, Hände halten, Hände halten Hände halten, kommst du, drüben hier ganz genau, richtig kommst du auch drüben, drüben, Hände halten, die Hände halten hier, richtig, genau jetzt machen Sie mal auf, machen Sie mal auf jetzt sollten Sie das Publikum begrüßen und sich von den Publikum beabschieden ja, wir machen eins, wir folgen, ja, wir machen so eins und wir spielen, wir hören, wir ferienen, wir composers auch hier hyvä haben, wir schauen wir dafür wie Jakob, ich bin damals gegebenenfalls Oises vier Das war's für heute. Gijin So, jetzt we're right an und die Stimmung ist eigentlich ganz ganz gut, oder? So, ich muss nochmal abfahren Ob alles genau da liegt Und ich brauche wieder Ihre ehrliche Meinung. Hamburg, alles gut soweit? Hamburg, is everything alright? Are you ready? Das ist mein Paulema. Hamburg, alles gut soweit? Hamburg, alles gut soweit? So, ich werde jetzt mal potzeln meine Kollegen. Sie ist nicht nur Moderatorin, aber in einem anderen Leben ist die Augen an allem selten gerecht. Ich lass es von uns fortgehen und uns zeigen, was du vorhast. Und ich glaube, es ist ein Partner. Bitte schön. Ich habe noch einen E-Book mehr. Vielleicht sein Gitarrist oder eigentlich schon ein Träumer. Aber wir machen da einfach die kostische Lieder. Die didn't und ich finde es. Und zu einen schief Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich frage mal meinem Techniker, ist alles schon im besten Zustand? Wir warten, um ihn zu kommen, um zu stehen. So, ich kriege die Bestätigung, dass sie vorbereitet sind, dass es eigentlich in Ordnung ist, und dass der Junge auch voll fit ist. Meine Damen und Herren, jetzt mal einen großen Applaus für L.M.X.X. Alle zusammen, bitte. Ein Applaus, ein Applaus, come on! L.L.X.X. Ja, 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 ja. African Day, was geht da? Mach mal ein bisschen leer! Schläft ihr alle noch? Ich hab gesagt, African Day, mach mal ein bisschen leer! Wir machen jetzt ein bisschen Party. Wir zeigen euch mal, wie wir in Africa so ein bisschen mit dem Beat spielen. Und ja, lasst mal ein bisschen Spaß haben. DJ Richman, let's go! Für die, die mich nicht kann, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Are you ready? Bo! Okay, let's go! Yo, what? Huh? Germany! Italy! Londo! Bo is here, mommy! Bo is here, mommy! Everybody wanna fuck with it, bo! For that show, yo, niggas how to... Now! Hold your bass, drink on the M4B! And let's go! Yo, niggas how to fuck on and beat now! Yo, niggas can't fuck with it! So, yo, niggas how to rock with it! Now! Bo! Bo! Bo is here, mommy! Rock 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 rock, dance, shit, mommy! I'm with your backer now! I'm gonna beat on and up! You're gonna make me go down! Cause I may not do some! Sierra, jamaica! Bo, Roh, say mommy! New York! Bo is here, way! Bo, ô, say mommy! Bo, Oh, say mommy! Hey, everybody are you. Bo, oh, say mommy! 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 ..' But now, ATSY Top Score, They'll be good Dにな you, Lile!. Okay! Have all i wanted to hear the chat so manyvous dead. Ich höre euch nicht, ich höre euch nicht. Seid ihr gut drauf? Seid ihr gut drauf? Okay, dann checken wir das mal ab. If you're sexy and you know we clap your head. If you're sexy and you know we clap your head. If you're sexy and you know we end you really wanna show. If you're sexy and you know we clap your... Yo, 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 ihr seid da, macht mal LF für euch selber. So, 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 wer hat Bock für euch Party zu machen? Hat jemand Bock Party zu machen? Wer Party machen will so auch mit auf die Bühne kommen, komm. Komm, 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 komm. So. So, da ihr alle ja so irgendwie so steif da rumsitzt, mach ich mit den Kindern mal richtig Party hier. African, seid ihr da? Seid ihr da? Somebody say, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Say, hola, hola, oh, oh. Hola, hola, oh, oh. Say, hell yeah. Hell yeah. Say, hell yeah. Hier seid da. DJ Ritri, let's go. Ich kann jetzt alle tanzi, bis es spritz, man, oder is es Party. Huh? One. One, two, three. African, da. Ein. Let's go. One, two, three. Everybody. Un, un, un. Jump, 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 jump. Let's go. Let's go. Let's go. Uh. Let's turn it in. Let's go. Let's go. Let's go. Jump, 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 jump Jump, 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 jump Say hope, say hope, say hope Ho, ho, say ho, ho, ho Ok. Okay, DJs, give me one more time. Ich fühl, ich fühl, ich fühl, ich fühl. Mach mal Lärm für euch alle, mach mal Lärm, mach mal Lärm. So, Leute, ihr wisst ja, wie ich aussehe, kostet das was, deswegen darf ich nicht so lange hier sein. Ich zeig euch mal meine neue Single, die bald rauskommt. Das wird auch mein letzter Song sein. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist LMXX, official auf Instagram, auf YouTube. Dieselbe Geschichte. Und ja, ey, auf jeden Fall ein großes Dankeschön an alle, die dafür zuständig sind, dass wir hier sowas machen können. Mach mal ein bisschen Lärm für die, mach mal echt mal ein bisschen Lärm für die, weil so ist es nicht einfach. Und diese Leute lassen uns an die schönen Momente auf dieser Welt erinnern. Es gibt so viele schreckliche Momente und das sind die kleinen Schönen, an die wir uns erinnern sollten. Deswegen macht man echt mal Lärm für die, macht man echt mal Lärm. So, das war mein letzter Song. Wenn ihr Spaß habt, könnt ihr gerne mitmachen, es ist ein Smooth Song. Also, wenn ihr eine Freundin habt, könnt ihr gerne sie jetzt mal so ein bisschen antanzen, ne? Auf Smooth Wine for Me and Shit. Let's go, die Jimmy Choo. Let's go, die Jimmy Choo. Das wird teuer. So, genau, jetzt mal ganz wie zweifestige Information. Erstens, die Autos, die hier hinter der Bühne gepackt sind. So, die Autos, die hier hinter der Bühne gepackt sind. So, 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 das Auto mit dem Kennzeichen RZYQ1321. Ich wiederhole, RZYQ1321, bitte das Auto wegfahren. RZTA69, und der andere ist RZYQ1321, und der letzte ist HHE, ich meine, von Hamburg, das ist 3-0, 3-3-0. Genau, ich habe nur das eine Kennzeichen hier angedeutet und ich nehme jetzt mal die zwei anderen. Das andere ist AH, Entschuldigung, HH, HA330, ich wiederhole, HH, HA330, das andere ist RZTA69, RZTA69, und dazu das, was ich vorhin gesagt habe, wieder die Autos wegfahren, Dankeschön. Thank you very much, so the program continues as before. Okay, 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 okay. Ey, yo, Kinder! Kinder, ich dachte, wir wollen Party machen, wir wollen hier kein Zombie-Wegschlepp machen. Ja, also, da sie ja natürlich jetzt so lange geredet haben, darf ich jetzt zwei Songs machen. Also machen wir doch mal ein bisschen Turn-Up. Habt ihr Bock, ein bisschen rumzuspringen, ein bisschen Party zu machen? Ja, ist das mein Ja-Ja? Ja, ist das mein Ja-Ja? Ja, ist das mein Ja-Ja? Ja, ja! In fact, mir, okay, das ist ein Rich-Wegschlepp, das ist mein Geist. Okay, are you ready? Ja, ich bin fertig. Ja, ich bin fertig. Ja, ich bin fertig. Ich bin fertig. Ja, ich bin fertig. Okay, es ist alles über das Mula, Mula, Mula. Es ist alles über das Mula, Mula, Mula. Mula, Mula, Mula. Mula, Mula. Mula, Mula, Mula. Mula, Mula. Mula, Mula. No, don't take it personal, na, 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 na. Don't blame me. Na, 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 don't blame me. Na, 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 don't blame me. Okay, it's all about the Mula. Mula, Mula! I'm taking shots at the revival that wanna get personal with me. Ya niggas, I know it, get the impression, you get to me. I'm living in three zones, I'm getting my reward. You're just an equal. und schon we are equal Und wenn du dich an das aber und ich kann mich auch an die Baby und ich kann mich auch an die Baby all my name niggas know it's all about the Mula Mula, Mula Mula, Mula Mula, Mula Mula, Mula Mula, Mula Mula, Mula Na, 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 don't blame me Na, 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 don't blame me Okay, it's all about the booleh! It's all about the booleh! She worked there for the booleh. Okay, okay! She worked there for the booleh! Na, don't take past don't! Na, nah, 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 don't blame it! Na, nah, 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 don't blame me! Na, nah, nah, nah don't blame it! It's all about the booleh! Mach malsociation, mach malpractisch! für euch selber. Seht ihr, wie die Kinderparty machen? Das wäre echt richtig geil, wenn ihr genauso Party machen wollt. Das ist mein letzter Song für heute. Das ist meine neue Single. Die ist auf Deutsch. Ich hoffe, die gefällt euch. Wenn ja, LMXX, official, auf Instagram, YouTube. Ihr wisst ein Promo. Okay, DJ Richman, letzte Song für heute. Genieß den. Shit. Ich kaufe dir eine Welt, die du dir träumt hast. Baby, lass uns weitergehen. Einen Schritt weitergehen. Versteh mich nicht falsch, meine Zeit ist knapp. Hey, diese Girls wollen nur dein Sport. Baby, lass uns weitergehen. Einen Schritt weitergehen. Wie du dich bewegst, ja, ich fühl dich. Fendi, dein Style, ja, ich fühl dich. Ja, deine... Ich fühl dich. Ja, ich fühl dich. Ja, ja, ich fühl dich. Du bist meine sexy Rihanna. Ich nenn dich zum Neues. Wenn ich zum 26 hin��, wenn du dich verschenst... Ich weiß keine già. Ja, ich聊. Ja, ich fühl dich. Du sagst vor mich, warst du dich,? Ja, wir fühl dich. Wenn du dich hörst, dich jetzt nach. Lass uns weitergehen. Unsere Welt wieder vereint Ich lass dich nicht gehen, Zigaret für dich Heil deine Gürtel, weh mal dich Heute Nacht ist gebucht für dich Ja ja, ja ja Biddy, Dibdy, Biddy, Biddy, sind dann gern Ja ja, ich will diese Bäume in deinem Werk Ja ja, ich zahle mehr als du brauchst Ja ja, ja ja, oh ja Biddy, 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 gib mir mehr Let's go! so soll es sein ich hoffe ihr hattet spaß dafür war ich da ich wünsche euch einen wunderschönen so vielen dank jetzt halten sie mir bitte können die guten die kinder wieder runter also aufpassen 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 passen auf die kabel auf bitte ja auf die kabel aufpassen ganz langsam ganz langsam super 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 toll gemacht also aufpassen super alles klar wir haben es hinbekommen jetzt perfekt endlich mal super super aber wieder aufpassen bitte bitte die kinder nicht mal auf die bühne stehen bitte ich bitte euch bitte bitte damit sie keine ärger kriegen vielen dank für das verstecknis um short announcement for the parents please do not allow the children to come on stage please is for their own security for security reasons and they're jumping and anything can happen so please that is just a plea from the crew so jetzt brauche ich ihr wieder ich brauche euch wieder dann kommt jetzt auf die bühne ein neuer talent dann kommt jetzt auf die bühne ein neuer talent der ist aus Biafra wir haben gerade die Biafra community hier gesehen die haben auch ein talent mit sich gebracht und da geht's um den mister we have a new talent in the house and it's from biafra we saw the biafra displaying their culture and they also brought an axis to them and we have a mister in the house and he's preparing and while the DJ is preparing let's be patient thank you for your patience so while the DJ is preparing what can we do what can we do with each other 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 we have to wait for the man from Biafra and while we're waiting another star from Cameroon will be entertaining us are you ready for him so jetzt geht's drum es geht eigentlich um eine tolle Dame aus Cameroon die heißt Ruth Kotto und ich biete euch alle gemeinsam das hier ein großer Applaus für Ruth Kotto aus Cameroon alle gemeinsam bitte please give the lady a round of applause as a lady so she's coming on stage so okay so okay so okay so okay so okay so okay so so Genau, genau ist das, so ist das. Also, pendant die Technik se präpare, ich will ein bisschen Diskurs in allemal machen. So ist das. So, ich habe gerade gesagt, sie hat eine besondere Art von Musik, sie hat eigentlich eine ganz, ganz tiefe Musik. Es geht eigentlich um ruhige Musik, also es geht um eine ganz, ganz tiefe, ruhige, aber auch inspirierende Musik, die hat Musik über Liebe, über Zusammenleben, über Themen, die uns in einen gemütlichen Zustand bringt und die wird uns hier heute nochmal diese Stil von Musik vorführen. So. So, meine Damen und Herren, können wir jetzt mal alle einen großen Applaus für Applaus, Applaus, Applaus. Applaus, 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 Applaus. Applaus, 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 App Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2019 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich frage mich auch, wenn ich Sie bitte. Warum? Weil mein Arrangeur ist Ivoirien. Er ist Herr Ekson David Tayoro. Er ist der Arrangeur. Applaus für die Côte d'Ivoire. Und für die Afrika auch. Und für die Afrika auch. Wir sind her. Wir sind her. Wir sind in der Näheisen. Wir sind her. Wir sind in der Nachricht. Wir sind in der Näheisen. Ihr habt uns geflogen. Ich bin überdaten. Wir sind hier. Wir sind in der Näheisen Seite. Wir sind in der Näheisen, ihr macht uns zu sprechen. Wir sind hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020